Herzlich willkommen beim Tagesorakel heute am Mittwoch und ich freue mich, dass du dabei bist und wir schauen auch gleich und ganz unverblümt hinein. So, für das Element Erde geht es auch gleich los und ich habe den Beistand gezogen, also dir steht jemand bei, du wirst vielleicht auch Beistand erhalten von einer Seite. Wo du es nicht unbedingt erwartest, ja. Es kommt ein Gefühl von Geborgenheit heute bei dir auf und das wird richtig gut werden für das Element Feuer. Haben wir die Zwischenwelt, also hier geht es wirklich darum nochmal um, ein Transformationsthema. Der Neumond hat es ja mit sich gebracht, noch ist der Mond im Wetter bestrahlt, also auch wirklich die Feuerelemente sehr gut. Und da ist es so, dass wir da tatsächlich etwas entdecken können, auch eine spirituelle Fähigkeit entdecken können und wirklich so eine gewisse Innenschau heute machen können. Für das Element Luft. Na haben wir die Reparaturarbeit, da ist Klärungsbedarf an einer Seite. Also überlegt, wo habt ihr Klärungsbedarf, was muss vielleicht geheilt oder repariert in Anführungszeichen werden und überlegt euch das und geht es an. Für das Element Wasser geht es um die Liebe. Das treue Herz ist dabei und wir können da eine sehr schöne Tiefe haben. Wir haben ja den Merkur in den Fischen stehen, wir haben den Neptun in den Fischen stehen, was uns Wasserelemente sehr gut aspektiert und sehr gut bestrahlt. Also hier können wir wirklich Seelentiefe erreichen und vor allen Dingen auch sehr wichtige Gespräche führen. Das ist die Tendenz für den Mittwoch. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir sehen uns hier hoffentlich morgen wieder. Bis dann, euer Michael. Ciao.